ja die zone ist sehr 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 gut okay dann passt sackerl wir looten ob du es glaubst oder nicht ich bin der raucher wirklich jetzt völlig unerwartet ich glaube und kifft halten ich glaube kifft hat so ziemlich jeder schon mal dazu gefunden habe vier fach oder einfach einfach und ich bin ich den wenigen wenn ich jetzt nicht geht das wollte ich schon mal sagen das dachte ich mir nicht nichts gegen dich aber ich bin auf dem geschmack von achtoch sogar gekommen ist doch der 16 fit zu haben ich habe naja und das zweitwaffe will ich mir dann erstmal holen also danke ich kann dir ein bisschen ich bin ich mein ein haus ein verdammtes haus und bin schon richtig fett ausgerüstet bleibt bleiben ist es eine haus also ich bin eigentlich schon fast glücklich es ist noch weit nicht in die stadt fahrt so blau fahrt so blau fahrt so blau das war bitte kurz stehen bleiben scheiße auf den schaden aber bitte bleibt mal kurz stehen nein nicht heilen aber bleibt einfach stehen mein pc kommt nicht hinterher mein laden aber ich jetzt an der zonisch der wurde an den gegnern ist relevant jetzt ist mein game gecrasht meine grafikkarte besser gesagt hatten abgang die macht ja also bis hier raus ne grad ja dann bring ich dich um ne dann bring ich dich um ne das tat mir mehr wie als dir ob das glaubst du nicht ich kann immer noch nichts machen ich hab mich gerade umgebracht ne ja ich mach mein pc jetzt per handschalter aus bis gleich ok bis gleich fahr hin scheiß auf waffen fahr hin rechts wir machen 50 50 ich will jetzt mal wieder das sei per totes letzte runde ja aber wenn dann t3 sagen kriegst du waffe krieg ich ja 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 fahr 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 speed shift wir sind doch schon da nein shift wir sind doch schon da du bist lederwaffe shift was ist wer denn ins gegner kommt wir haben nicht mal waffen so wird das boshiki in der zon fahr 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 näher 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 jetzt wird es auf dem dach landet damit er mit dem blut weg fahren still davon das geht ok stop hier na komm steppe kannst du da durch sterben schon ich würd's nicht riskieren wenn ich ehrlich bin we gone nimm den oh ben ich fahr ich fahr fahr doch fahr gib gas shift ich drücke shift fanglinien see ya mother fuckers yeah ok dies wird absolut nahe kampf weil ich kann weder scope noch sonst drauf packen von player ja ich weiß nicht was genau rausgenommen vor uns zwei spieler 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 bleibt steht alter wie perfekt war das die sind nochmal extra so hingegangen dass ich die überfahren konnte beide ok raus ne du musst jetzt in die zone fahren und stehen bleiben ich hab schon wieder lags ich will nicht dass es wieder abpackt ach so ok ok ich bin jetzt nicht in der zone ist schon ok ich renne wieder sein bing 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist das der fucking Ernstkreber? Du schreibst mich an und bist ja nicht mehr auf dem fucking Channel? So. Hallo. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe es selbst gecheckt, eigentlich war ich schon drin, aber... Ich habe dich erst eingeschrieben, nachdem ich in die Lava-Ecke 1 gegangen bin, aber irgendwie wieder draußen gewesen. Darf ich dir eins sagen? Das hat leicht abgefuckt. Das kann ich mir vorstellen. Hat mich nämlich selber abgefuckt. Ich bin noch auf Freddy. Ich bin noch im Game, also... Ach so, du bist im Game. Ja, ich habe gerade, äh, drei Kills. Ah! Okay. Ich hatte noch einen viertener, aber der ist irgendwie noch abgehauen. Also bis jetzt habe ich immer mit 2 Teams gekämpft. Ich bin schön auseinandergenommen. Warte, unten ist noch ein weiteres 2 Team. Warte, wie oft der Hände... Den Schüsse war es okay. Einen ausgenockt. Einen, 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 einen. Nein! Okay, wir waren noch ein weiteres Team. Drei Kills. Einen ausgenockt. Immer noch die Runde, wo wir gemacht haben? Ja! Ich bin weitergelaufen, hab dann 2 Team getroffen, hab das erst mal auseinandergenommen. Dann bin ich weitergelaufen. Ich musste die ganze Zeit laufen, ne, von hinten erwichten, ne. Und jetzt bin ich hier gerade in 2 Team rein, hab einen ausgenockt, bin dann zur Seite, weil ich hart getroffen bin und dann wurde ich von hinten getroffen. war jetzt noch ein weiteres Team. Autsch. Platz 10. Ja, ich hab das zweite Team jetzt nicht mitbekommen. Ich hab irgendwie nur von hinten. Aber Rang 10 ist nicht schlecht. Also 8 Versuche erklärt. Und vor allem, ich bin dreimal rausgetappt, weil du mich verdammt nochmal angeschrieben hast. Auch. Das war nicht, vor allem, ich spiele auf, da so wird von nicht beschossen, vielleicht einen anderen. Ich nehm so. Ein bisschen verarschen. Der Anderufer, voll Fail! Das war's! Ja, wir wird jetzt eine Stunde zeigen! littlequer Jahre, glaube ich nicht! Steigen sie.